Die Klanglandschaft geht ganz stark auf und wir werden Töne, Geräusche hören, die wir sonst mit ziemlicher Sicherheit überhören und sehr überrascht sein, wie wir auch darauf reagieren. Es gehen Assoziationen auf, Bilder. Es ist ein Zoom hinein, wie ein Vergrößerungsglas funktioniert plötzlich unser Ohr. Wie wir da rausgegangen sind zur Klauerkirche, da habe ich mir gedacht, ich bin mitten auf der Straße. Ich bin hingehen, es ist schon gegangen und dann die Straße entlang, da habe ich mir gedacht, wo ist die Straße jetzt? Ich habe schon, so im Bewusstsein habe ich es ja gewusst, dass es links ist jetzt, aber dass das so drinnen sein kann, der Lärm und dann die Geräusche vom Verkehr. Ja, das ist so drüber. Klauerkirche 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 Also, mich geht's gut, Conny. Es passt schon. Ich spüre deine führende Hand. Meine führende Hand sagt, es ist alles Asphalt. Wir gehen zum Halbkreis um diesen Hügel. Da ist alles asphaltiert. Es kann nichts passieren, aber ein Steinchen drückt. Du zahlst dich auch schön an, habe ich sonst gesehen. Wir bingen jetzt links in die Wiese hinein. Die Wiese geht leicht abgeschwächt da unten, aber nicht steigen. Abgeschwächt? Die Wiese geht leicht abgeschwächt. Drei, vier Meter. Am Ende. Genau, genau. Jetzt rechts oder links? Ich gehe rechts. Ja, links. 45. Ja, jetzt kannst du eigentlich weitergehen lassen. So, geradeaus? Ja, perfekt. Alles klar. Alles klar. Wirst du die anderen? Ja. Van. Und in our place? Um after Tom vel. intelig. Also für mich war es betraulich, obwohl es sicher, wenn man normal hingeht und das sieht, findet man wahrscheinlich gar nichts betrauliches. Es ist einfach laut. Ich glaube, insgesamt wird es lauter sein, als an der Straße entlang zu leben. Also zumindest da, wo diese Brücke halt drüber war, wo die Schallaugen noch zurückgewirkt werden. Ja, mit dem visuellen Eindruck mit dem Auge relativiert man das ein bisschen, so ist da das Wasser und so. Und dann, wenn man eben pur ohne Augenlicht hört, dann geht es so, gewinnt es so ein, macht es so ein Ausmaß auf einmal aus, dass man das einfach anders wahrnimmt, schärfer wahrnimmt. Wo läuft die Sendung? Wir schauen in den Ohren. In den Ohren? Mit Ohren schauen. Gerade sehe da Kinder. Wirklich? Ja. Wo? Wie sind deine Kinder? Wie sind die Erwachsene? Oh, ich schätze. Ja. Ja. Hallo. Was ist das denn? Bitte, bitte. Jetzt sagen wir es. Wo, wenn das überhaupt nicht. Schnell. So, bitte. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. 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 Karasse und jetzt sind wir am Ziel und am besten Stuhl, gehen wir nach links, nach links, nach links, nach links und jetzt geht es runter. Super, super, geschafft! Ja, herrlich war's. Danke, Clara. Danke. Danke, viel Spaß. Hast du schon? Das ist ein Baugerät. Prost. Prost. Zum Wohl. Wohl verdient. Machst ein guter Führer. Kriegst einen Führerschein.